. Dürfen wir nicht in den Keller gehen? Ist weg. Oh, ist weg. Schade. Ich bin jetzt gerne durchgegangen, musste gucken, was passiert. Es fing grad an eiskalt zu werden, als das verschwunden ist von der Kinect. Ach, krass. Das gibt's doch gar nicht. Immer dann, wenn die Temperatur derartig abgefallen ist, in so kurzer Zeit, dann konnte man sich auf was einstellen. Wieso bewegt sich das Kreuz? Nee, oder? Das Zusammenspiel mit dem, was dann passiert ist, das hat mich auf jeden Fall einige Lebensjahre gekostet. Ja, das war nicht. Ach, was tut. ải Vielen Dank.